Herzlich willkommen zu einem weiteren Smoothie-Rezept. Hier halbiere ich gerade eine Gurke und schneide sie in kleine Stücke. Als nächstes packe ich mir eine Kiwi, diese bitte filetieren und am Ende dieses harte Stück wegschneiden und dann ab in den Mixer damit. Als nächstes gibt es noch einen Esslöffel Kokosfett dazu für die Fette. Als nächstes einen Esslöffel Sun Warrior Eiweißprotein. Musst du natürlich nicht reinmachen, kannst du aber dann noch einen Schluck Reismilch, ein bisschen Eiswürfel, um das Ganze noch cremiger und kühler zu machen. Dann ab auf den Mixer damit, umrühren und fertig aus, Mickey Mouse. Leute, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Wenn ihr noch mehr Smoothies haben wollt, ihr findet eine coole Sammlung auf nackgutaussehen.de slash smoothie. Bis dahin, macht es gut. Ciao!